Hallo liebe Freunde des motorisierten Zweirads, die Saison geht für viele zu Ende, manche fahren durch, was auf jeden Fall aber immer im Herbst und über den Winter passiert, ist meistens die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs oder man schaut sich um, jetzt ist ja die Intermot gerade gewesen, die EIC, man kommt bald, was gibt es am Markt Neues und auch dieses Video richtet sich jetzt wieder besonders an meine Freunde, die Ein- und Aufsteiger und Späteinsteiger, denn den alten Hasen brauche ich eh nichts erklären und ich will euch auch nicht sehr klären, aber ich würde gerne jetzt die Gelegenheit nützen, die Zulassungsstatistik zu verwenden und zu schauen, welche Motorräder sind am Markt beliebt und was verschiedene Motor- und Antriebskonzepte gibt und was könnte man sich kaufen durchaus auch gebraucht. Also ich habe jetzt nur die Verkaufsstatistik vom Jahr 2021, weil das Jahr 2022 ist ja noch nicht um. Österreich und Deutschland sind ein bisschen anders, ich werde euch dann auch unten in der Videobeschreibung die Statistiken verlinken, sodass ihr sie in Ruhe dann diese Webseiten auch durchlesen könnt und wir schauen uns dann einfach von der österreichischen Zulassungsstatistik, die ohne Roller ist, also wirklich nur Motorräder, wo man schalten muss und normal fährt sozusagen. Und da die Top 10, das stimmt nicht ganz, 10 der ersten 12, denn je zwei Modelle sind sehr ähnlich oder sind miteinander direkt verwandt. Beginnen wir mit dem 1000 PS Artikel, ihr braucht euch wie gesagt oben die Webadresse nicht merken, ich werde es unten in der Videobeschreibung verlinken, die meistverkauften Motorräder, echten Motorräder, nicht Roller 2021 in Österreich. Und wir werden uns da, beginnend mit der seit 20 Jahren, über 20 Jahren führenden allmächtigen BMW GS, beginnend die ersten 12 anschauen im Detail. Von NTV habe ich einen Artikel über die Top-Zulassungen in Deutschland 2021 und hier ist es nicht als Tabelle aufgelistet, aber es gibt einen Überblick über den Markt, wer die Gewinner und Verlierer sind, hier sind die Roller auch dabei. Schaut euch das an, Link findet ihr wie gesagt unten. Von Motorrad habe ich einen interessanten Artikel, nämlich über das Durchschnittsalter der Motorräder in Deutschland und das hat mich selbst auch überrascht. 19,1 Jahre ist das durchschnittliche zugelassene Motorrad in Deutschland und ist wahrscheinlich in Österreich nicht anders. Es ist auch wirklich so, dass man auf der Straße wirklich oft noch Motorräder aus den 90er Jahren sieht, welche, die ich selbst hatte, die oft auch noch gut in Schuss sind und ich kenne auch selber ein paar Leute, die alte Motorräder auch bewusst suchen und kaufen, auch weil sie die Elektronik nicht wollen und weil sie solche alten Schätze, wenn sie gut erhalten sind, auch weiter gut erhalten wollen. Also das ist wirklich interessant, schaut es euch auch gerne an, die Goldern in den 2000er Jahre. Hier ein interessanter Folgeartikel zum Durchschnittsalter der Bikes, nämlich der durchschnittliche Biker selbst, wird in Österreich nicht viel anders sein als in Deutschland und auch da ist es so, dass wahrscheinlich die vielen alten Männer der Grund sind, warum die Motorräder teilweise einen relativ hohen Altersschnitt haben, weil wenn die Leute sowas lange und vielleicht wenig fahren, dann hält das auch relativ lange. Also alte Männer dominieren, ich glaube der Nils von 1000 PS hat einmal gesagt, der durchschnittliche Motorradfahrer wird jedes Jahr ein Jahr älter. Und ich selbst bin jetzt mittlerweile fast 54, fahre seit über 30 Jahren und wenn man so absteigt bei den Bikertreffpunkten, rund um Wien, Dopplerhütte gibt es ein paar junge Leute, Gott sei Dank, aber sonst dominieren meistens die Grauhaarigen, die Silberrücken. Und was fahren sie gerne? Natürlich große Enduros, Adventures, Naked Bikes und viel Leistung wollen sie gerne haben, weil man ist schon schwerer, man ist aber auch gesetzt, man will nicht mehr so hoch drehen und hat daher gerne viel Leistung und viel Hubraum von unten. Und eine zweite Gruppe gibt es noch, nämlich die 125er Fahrer unter den Alten, das sind die, die gar keinen Motorradführerschein haben, weil mittlerweile darf man ja auch in Deutschland, was man in Österreich schon, glaube ich, 25 Jahre darf, nämlich mit einem Autoführerschein eine 125er fahren. Ja, also auch ein hochinteressanter Artikel für Leute, die sich gerne mit Statistik beschäftigen und da sieht man auch zum Beispiel, dass der Kilometerstand, der Jahresschnitt immer weniger wird oder was im anderen Artikel, weiß ich nicht. Seht sie auf jeden Fall hier. Beginnen wir mit der übermächtigen BMW GS, also R1250 GS. Ich habe jetzt vorgegriffen und nicht die Erste, sondern die Elftplatzierte genommen, da auch bei dem normalen Modell sich die meisten Leute das Upgrade mit den Speichenrädern nehmen. Die Adventure, wie wir sie hier sehen, kommt zernmäßig schon mit einem größeren Tanksturzbügeln und ein paar anderen Dingen. Das Schöne hier beim BMW-Konfigurator ist, dass man das Fahrzeug drehen kann. Das heißt, wir sehen hier den Boxermotor, Zweizylinderboxer, sehr laufruhig, sehr drehmomentstark mit Kadernantrieb. Also ein wartungsfreier Antrieb hat eben vor allem den großen Vorteil für viele Vielfahrer und Fernreisenden, dass man wirklich nichts warten muss, hat den Nachteil, dass er schwerer ist und man die Übersetzung selbst nicht ändern kann. Aber die meisten Adventure-Fahrer stehen auf diesem Antrieb. Brixton, großartig erfolgreiche österreichische Marke von der Firma KSR in Krems, wird natürlich in China gebaut und die könnte man jetzt so stellvertretend eigentlich für alle 125er nehmen. Also das ist ein Einzylinder, 125er Viertakt natürlich, Führerschein B-tauglich, also mit diesem Zusatz und sieht man in Wien an jeder Ecke seit Jahren und da gibt es jetzt mittlerweile auch schon größere Geschwister. Es gibt sie mit ABS natürlich, auch mit CBS, das ist das Combined Braking System, aber bei den 125ern ist ABS nicht vorgeschrieben. Ich empfehle trotzdem allen ein ABS zu wählen. Ein leichtes, niedriges Fahrzeug, super einfach in der Handhabung und günstig im Preis. Auf Platz 3 haben wir die mächtige KTM 93 Duke. Mächtig deshalb, weil sie am Markt unglaublich gut ankommt seit Jahren. A2-tauglich, das heißt bis 48 PS. Sie hat etwas weniger, weil sie zu leicht ist für die maximale Leistung. Und sie hat auch noch eine kleine Schwester, die KTM 125 Duke. Das ist im Prinzip das gleiche Fahrzeug, nur mit einem Führerschein Kategorie A1-tauglichen, 125er Motor mit 15 PS glaube ich. Und ist ein absoluter Renner und super cool zu fahren. Kommen wir zu Platz 5. Eines meiner absoluten Lieblingsbikes, die Kawasaki Z900. Ein echter japanischer Vierzylinder, wie er klassisch sein sollte. 950 Kubik, ich weiß gar nicht die Leistung, ich glaube 120 PS, 125, aber wirklich easy zu fahren. Wunderschön, es gibt da noch eine SE-Variante mit besserer Ausstattung. Es gibt eine RS-Variante in Retro-Optik mit etwas weniger Leistung. Und ein unglaublicher Kassenschlager, die RS, glaube ich, ist in der Statistik noch nicht drinnen. Die verkauft sich sehr, sehr gut und ein wirklich wunderschönes Motorrad. Platz 6, ja was soll ich sagen, die KTM Super Adventure S, von der gibt es dann auch noch eine R-Version. Das ist in der Basis die Super Duke, der 1300 Kubik V2 Motor von KTM mit einem unfassbaren Drehmoment, mit einer brachialen Leistung. Ein Reisemotorrad, mit dem man sehr schnell überall ist, wo man hinkommen möchte. Und hier in der Version ist sie im normalen Sport Adventure Fahrwerk, so wie es auch die BMW GS hat vorne ein 19 Zoll Vorderrad, hinten ein 17 Zoll Rad. Die R hat vorne ein 21 und hinten ein 18 Zoll schmäleres Fahrwerk und höhere Federwege. Und diese Motorräder sind etwas für Genießer, die wissen, wie sie ihre Gashand im Zaum halten müssen. Yamaha MT07. Wie die KTM 93 Duke, ein absoluter Renner bei den A2 Bikes, gibt es einen großen Gebrauchtmarkt. Super Motor, bitte die deutschen Freunde nicht erschrecken, bei den Preisen, die eingeblendet sind, das sind die österreichischen Preise mit der fürchterlichen Nova. Also das sind österreichische Preise. Alle Motorräder, wenn ich jetzt nicht extra etwas dazu sage, die ich da hier vorstelle, haben natürlich alle ein 17 Zoll Fahrwerk, also vorne und hinten 17 Zoll Räder und einen Kettenantrieb. Also wenn ich das jetzt nicht erwähne. Die MT07 hat einen, glaube ich, 75 PS Motor, den es aber eben auch in einer getrosselten Variante, das ist sehr einfach, das geht elektronisch, auf 48 PS als A2 Bike gibt. Auf Platz 8, die Kawasaki Z650, sie ist mit ihrem Reihenzweizylinder ein direkter Konkurrent zur Yamaha MT07, ganz ähnliche Fahrzeugkategorie, auch als A2 zu drosteln und einfach zu fahrendes, tolles Motorrad. Auf Platz 9, die KTM 98 Duke, nicht mehr A2 tauglich, denn schon 115 PS, aber immer noch ein Reihenzweizylinder Motorkettenantrieb. Gibt auch eine R-Version, verbessertes Fahrwerk, schärfere Bremsen und das ist ein Motorrad, das schon für einen sehr sportlichen Fahrstil tauglich ist und sehr viel Spaß auf der Landstraße macht. Auf Platz 10 und für mich persönlich eine besondere Freude, dass es so etwas noch gibt, einen japanischen Vierzylinder in dieser Preisklasse. Ein wunderschönes Motorrad, die Honda CB650R, 95 PS, auch drostelbar in A2 Variante. A2 Variante heißt, mit 18 Jahren, 48 PS kann ich mir das Motorrad kaufen, darf ich damit fahren und nach zwei Jahren kann ich es entrosteln und mit der vollen Leistung weitermachen Spaß damit haben. Also, es gibt auch eine verkleidete Version, die CBR650R ist aber in der Basis das gleiche Fahrzeug. Eine Riesenfreude mit dem optisch und mechanisch tollen Fahrzeug. Letzte Fahrzeug, das ich euch vorstellen möchte, ist das zwölfte in der Zulassungsstatistik, die KTM 98 Adventure. Ich habe hier die Adventure R gewählt, die hier auf dem Bild auch schon mit dem 2023er Facelift abgebildet ist, mit der neuen Maske, der neuen Tankverkleidung. Und das ist im Wesentlichen auch das Motorrad, das ich selbst habe. Also, ich habe eine 2019er 97 Adventure R, vom Fahrwerk her gleich Motor, auch fast gleich 100 Kubik Unterschied. Und das ist jetzt eine Zweizylinder Adventure oder Enduro, die nicht ein Fernreisefahrzeug ist wie die 1290 Super Adventure oder die BMW GS. Dafür ist der Sattel zu schmal und unbequem. Dafür ist es ein sehr leichtes Fahrzeug für die Leistungskategorie von 105 PS und hat das beste Offroad-Fahrwerk in allen Klassen. Und das ist etwas, mit dem man es auch Offroad richtig krachen lassen kann. Ja, ich hoffe sehr, dass das ein bisschen Informationen war, die ihr nützen könnt und für alle, was dabei war. Und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen rauf. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Auf jeden Fall einen Kommentar da lassen. Und ein Abo, wer noch nicht hat. Danke, bis zum nächsten Mal, sagt der Husmoto. Ciao, baba.